Ja, mach du das! So! Die grüne Flagge, das heißt die Freizeitchen. Gegen nach oben. Und die letzten 15 Sekunden. Die Spannung steigt. 25 Minuten plus 2 Runden. Kämpfen hier im großen Finale. 5! Achtung! Und wer ist da? Schon wieder die 982. Rundfache! Wahnsinn! 982. Der Arne, aber hat gleich die Fügung verloren. An wen ging das? Ich nehme an an den Bötcher. Die 509 Jonas Bötcher hat jetzt gerade die Führung übernommen. So gut, wie ich es sehen konnte. Aber nach dem zweiten Table ist einer gestürzt. Sehe ich gerade. Ja, heute ist der Vontraining. Fast bei jedem Rennen passiert irgendetwas. Ja, wenn man sich die Spitze anschaut, also Bötcher hat es schon übelst vorgesprochen. Aber was sie hier ist, wie der Arne starten kann. Hast du das wieder gesehen, der alte Audi, der da unten abzog. Und der stande ganz, ganz rechts da unten und hat hier oben in die Spitze eingebogen. Also, hat er gut hinbekommen, der Arne best. Aber natürlich reicht dann nachher nicht die ganze Aktion, um das weiter durchzustellen. Dafür sind die Jungenbosen da doch zu schnell unterwegs. Ja, und du siehst hier der 24-jährige Jonas Bötcher, heute aufgegangen, 24 Jahre alt. So, wir haben ja die Beflackung des Aussaugenfelds und dann sagen, geht man auf die Strecke. Jawoll. So, hier kommt schon der Spitzenreiter Jonas Bötcher mit der 509. Oh! Und dann So Jörg, ich gehe jetzt kurz zum Bildschirm und schaue. Ab 18, 851, Daniel Schäffer, auf 19, 424, Christoph Natz, und auf 20, 777, Zulein, in Neugeldach. So, das geposte Askel steht jetzt gerade hier an uns vorbei, an Ziel Tempel. Dann neuer Mann an der 2. Köln, 48, 424, dahinter Köln, 48, 424, Patrick Zins mit den 990 auf 4, zurückgefallen. Boah, ich glaube nicht, es ist 100 Volt, erkennen wir, wenn wir die Nahung einleiten. Ja, der Handkong mit dem Vörper, da sieht es jetzt aus, als wir von den Abend Middard, auch ein paar Pfeipe, man sollte ja gerade von 80 Volt schreiben. Hier Mal führt, dass ich hier eine Handkong understands nicht, Based on the fee,bald mit dem IS in die Koglummer, als它kong nennt, weiß niemals, dass bei den membern Koffer du brauchst. Und ein 325, das private Benad Test Defgensung lässt sich WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.